So meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge vom Pokémon Omega Rubin Banger Lock. Ja, mit mir im Regi. Vom Pokémon Omega Rubin Banger Lock, irgendwie klickt das falsch, das ist auch falsch. Egal, ich überspiel das einfach mal mit ein bisschen Scham und dann passt das schon, ja. Willkommen zurück in der letzten Episode, da haben wir leider hier am Schlottberg gegen Mark, unser Mausi verloren. Er hat halt eiskalt Mausi mit den Erdkräften weggecritelt. Unglaublich dieser Typ, ich weiß gar nicht, was dem einfällt, einfach mal so etwas durchzuziehen. Ich finde das frech wie sonst was, aber ganz ehrlich, Shit Happens, was soll man machen? Ersatz für Mausi steht schon bereit. Ihr hattet ja die Wahl zwischen Mausi und Dalai Kamel. Und Dalai Kamel ist auf der Box und ist fit, ja, und ist Kampf ready. Das heißt also, wir können Dalai Kamel heute sogar noch benutzen. Beziehungsweise, wenn wir dann in Bad Lavastadt angekommen sind, werden wir das auch auf jeden Fall machen. So, ich habe jetzt etwas komplett vergessen und zwar hätten wir unser Fahrrad wechseln müssen, als wir ja nochmal kurz in Malven vor waren, als wir auf dem Weg zum Schlottberg waren. Und dann halt hier hochzukommen, aber, naja, das habe ich leider nicht gemacht. Shit Happens, leider. Weil mit dem Kunstrad wären wir jetzt hier an diese Items teilweise gekommen und auch an diese TM da oben. Ja, ein bisschen bereue ich das schon, dass ich jetzt mein Items und so weiter nicht mitgenommen habe. Wait, habe ich jetzt eigentlich die Büsche geskippt? Wenn ich die Büsche geskippt habe, wäre das ja ziemlich traurig, aber ich hoffe mal nicht. Jedenfalls können wir uns hier am Steilpass nach einem Pokémon fangen, das ist ein einzelner Ort. Steilpass heißt der, wie gesagt, und es gibt hier Marollo teilweise, Sproint gibt es hier. Ein paar coole Pokémon, die wir vielleicht in unser Team integrieren können. Ich schaue mal, was sich da einrichten lässt. Ich freue mich aber auf jeden Fall mal, ein cooles Pokémon. Es gibt eine Person, Geist, ja. Es gibt eine einzige Person, die versucht hat, weiterhin drauf zu bestehen, dass mein Kuttel besiegt ist. Aber ich habe doch mal nachgeschaut, wie gesagt, und Kuttel ist nicht besiegt, ja. Sonst wäre der Prozess doch viel größer. Ich weiß ja, wie YouTube funktioniert, ja. Ich weiß, dass, wenn irgendwas gerade heiß diskutiert wird in dem Video, dass dann halt die Kommentare komplett eskaliert, ja. Ich meine, jedes Mal, wenn ich irgendeinen Fehler mache, ja, kommen tausend Leute und beschweren sich bei mir. Ungelogen, tausend an der Zeit. Das ist jetzt kein Scherz. Ihr sagt jetzt, das ist ein Scherz. Ne, es sind wirklich tausend Leute und diese tausend Leute, die beschweren sich dann halt eiskalt alle und sagen, ja, du hast das und das falsch gemacht und das und das und weißt du, Teufel, was. Und allein aufgrund dieser hohen Anzahl kann, oder aufgrund der fehlenden Anzahl, sag ich mal, kann ich ja schon sagen, dass es nicht so ist, keine Sorgen. Ich habe da absolut nichts verpasst. Alles gut. So, wir haben natürlich den absoluten Hard-Counter gegen Kampf-Pokémon in Form von Dragbat. Und Dragbat denkt sich nur so, Aeroas, mach's gut. Oder auch nicht, Ariyama. Bleib da, mein Freund. Ja, bleib da. Hast du dir verdient. Aber lass, ach, ich habe ja die Sanfglocke noch drauf. Ich glaube, ich sollte die Sanfglocke mal definitiv von Dragbat runternehmen, weil so allzu viel Profit von der Sanfglocke werden wir ja nicht mehr ziehen. Glaube ich jedenfalls. Naja, Dragbat erreicht jedenfalls Level 26. Wir werden Dragbat höchstwahrscheinlich in der nächsten Arena brauchen. Wir werden eine Menge Pokémon in der nächsten Arena brauchen, weil wir haben zwar ein Wasser-Pokémon, aber dieses Wasser-Pokémon kann keine Wasserattacken. Ich weiß, sehr skurril. Aber das ist halt Garados für euch, ne? Garados im Jahre 2K17. Und? Und er kommt aus dem Spoink. Wie geil ist das denn? Ja gut, ein Spoink ist ein cooles Pokémon. Ich mag Spoink vor allen Dingen. Und lass mal gucken, was man so aus Spoink so rausbekommen, sag ich mal, ne? Ich glaube, dieses Kuss an, das sollte nämlich Spoink raushalten. Spoink hat, ja, wir sehen, Spoink hat eine super, super, super solide Spezialverteidigung. Und da wird dieser Spoink natürlich hier nichts, oder wird es sich nichts lumpen lassen und sich hier nicht allzu einfach fangen lassen. Oder nicht allzu einfach besiegen lassen. Okay, jetzt müssen wir einmal bitte hier nochmal durchkommen. Dankeschön. Cute Katsu. Mein kleines, süßes Pokémon. Okay, Piquuchu. Ja, ist trotzdem so ein ähnlicher Name. Ist okay. Ja, wir nehmen den Namen. Ich muss die Spoink aber auch fangen. So, letzter Versuch. Und dann muss ich wechseln. Nehmen wir mal den Superball. An sich hätte ich auch einen Hyperball genommen können. Ich glaube, der nächste Ball, den ich dann werfen, wenn das jetzt nicht drinbleiben sollte, ist ein Hyperball. So, one, two, three, four. Und dann bleibt dieses wundervolle Spoink in unserem Pokéball und alles ist in bester Ordnung. Spoink. Spoink, 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 Spoink. Du bist ein süßes Pokémon, ja. Du bist groß. Du hast ein gutes Gewicht, ja. Deswegen, Spoink hüft auf seinem Schweif durch die Gegend. Die Erschütterung des Hüpfens bringt sein Herz zum Schlagen. Deshalb kann es dieses Pokémon das Hüpfchen nicht sein lassen. Ansonsten würde sein Herz aufhören zu schlagen. Das ist ziemlich brutal. Ja, also das ist ein ziemlich brutaler und skurriler Text. Jetzt brauchen wir einen Namen dafür. Du bist einfach nur... Du bist der Pacemaker, ja. Du bist der kleine Herzschrittmacher. Weil dein Herz, das darf nicht aufhören zu schlagen. Du bist der Pacemaker. Let's go. Bam! Außerdem Tempomacher und so weiter. Auf Deutsch jedenfalls Tempomacher. Das ist ja die Fähigkeit. Ich finde, der Name passt. Pacemaker. Ist ein guter Name, glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Name. Und damit haben wir jetzt ein wundervolles Spoink in unserer Reihe. Mal schauen, ob ich das ins Team aufnehmen werde. Oh, was ist das denn? Das ist ein Spoink, was hier rumläuft. Ist das ein besonderes Spoink? Oder was ist das Besondere daran? Der Pokémon-Radar, wie funktioniert der nochmal? Ich glaube, das war ein besonderes Spoink. Ich bin mir aber nicht so sicher. Muttenroschi, kommen Sie mal nach vorne. Wir müssen Sie natürlich auch mal benutzen, nun wieder, ne? Vera, schade, wenn nicht, Kollege. Deswegen gucken wir mal. Was kann der Typ so, der Muttenroschi hier, gegen diesen Camper Ewald? Ewald, was ist hier los? Ewald Lien, oder was? Oder ist der Mensch in Gladbach? Ja, alles klar, alles klar. Weiß Bescheid, Weiß Bescheid, Chef. So, schlupo, machen wir mal auf einem Rad. Leute, ich bin gerade so mitten in den Vorbereitungen, ja. Schön fleißig am Lernen, wie es sich gehört. Und ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich nicht beschweren, alles ist gut. Ich habe Dienstag meine nächste Klausur, ne? Und dann geht es halt auch weiter. Ich hoffe einfach nur, dass es auch wieder gut verlaufen wird. Ich denke schon, ich bin ein guter Ding, es ist halt Geschichte. Das sollte ich gut hinkriegen. Da war ich regelmäßig da und habe da auch mit einigen Kollegen dann teilweise gute Vorträge halten können. Dadurch auch sehr, sehr viel Wissen angeeignet. Und ich hoffe einfach mal, das wird gut. Ich muss mir da noch ein paar Sachen heute, vor allem auswendig lernen. Geschichte ist ja auch viel auswendig lernen. Aber man muss dann dieses Wissen auch anwenden. Ist ja nicht nur so blanke Abfrage von Wissen. Nein, man muss natürlich mit dem Wissen dann auch etwas anzufangen wissen. Ansonsten bringt er nämlich das ganze Wissen einem gar nichts. Müsst nämlich das Ganze dann auch so in den Kontext bringen, mit Schlussfolgerungen ziehen. Geschichte ist geil, ja? Ich habe früher auch so gesagt, hey, Geschichte ist scheiß langweilig. Was soll das? Wir interessieren denn hier diese ganzen scheiße Römer und Griechen und weißer Tolle was? Juck doch keinem. Ja, aber irgendwann habe ich mir so gedacht, hm, das ist ja schon ganz interessant, ne? Vor allen Dingen, das ist ja Klassiker, dieser klassische Spruch, Erkenntnisse, die man daraus dann auf unsere Zeit ziehen kann, ja? Warum gibt es so viel Zwist zwischen Franzosen und Deutschen? Warum, warum? Kann man sich geschichtlich erklären, Leute, ja? Elsass-Lothringen beispielsweise, ein Klassiker. Und das sind so Fakten aus der Geschichte, die man dann auch auf unsere heutige Zeit übertragen kann und die dann dadurch auch wichtig sind. Ja, man könnte tatsächlich meinen, ich bin ein sehr, 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 sehr von diesem Schulfach überzeugter Englischlehrer. Äh, Geschichtslehrer, Verzeihung. Könnte man meinen, oder? Könnte man meinen, ne? Ja, dadurch, dass ich jetzt auch nochmal in einem YouTube-Video versuche, Leute davon zu überzeugen, dass Geschichte cool ist und nicht Resident Sieper, der Wahnsinn. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch so modernere Themen, die dann auch ganz, ganz viele Leute reizen. Ich kenne ja ganz viele bei denen Wahnsinn, die haben gesagt, ja, hier, die ganze Antike und so, juck mich ja gar nicht. Aber so, ich sag mal, die bisschen jüngere Geschichte, Zweiter Weltkrieg und so weiter, das hat die Leute dann auf einmal angefangen, super, super, super stark zu interessieren. So, ich muss ja ganz den Ball rauswechseln, ansonsten müssen wir in der nächsten Runde boomen und das will ich nicht unbedingt mit meinem süßen Mutten Roshi. Irgendwie läuft mir dann so ein kalter Schauer den Rücken runter, wenn ich auch nur süß und Mutten Roshi in einen Satz miteinander verwende. Ja, ich hab immer diesen komischen, perversen, alten Opa aus Dragon Ball im Kopf, der mir dann irgendwas von Puff Puff erzählen will. So, oh, Mutten Roshi will Flammenstimme erlernen. Perfektor. Bringen wir ihn auch anstelle von Feuerwirbel auf jeden Fall safe by. Weil drei Feuerwirbel bringen eh nix, Feuerwirbel bringt an sich nicht so viel. Flammensturm und Tobodreher behalte ich halt aus Stylegründen drauf, ja. Keine Ahnung, warum ich Tobodreher drauf behalte, weil an sich ist Tobodreher shit, das brauchen wir nicht. Flammensturm drauf und dann passt das. Alright, guys, alright. Wir haben immer noch einen Toten im Team, was mir im Herzen weh tut, ja. Es tut mir weh, zu sagen, es sei ein Toter, weil auch dieses Pokémon, es hat Gefühle. Ja, es hat definitiv ganz, 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 ganz große Gefühle. Ein ganz großes Herz hat es auch. Und zwar ist es Mausi. Aber wir müssen heute Mausi. Leider, leider beerdigen. Und understand you my glabber? Ja. Okay, coole Sache. Warte mal, was finde ich ein Eindrücke? Oh, that does me in the sailor way. Here. Then for light, help the DC to buy my karate way of life to understand, the fool. Das ist auch selten der Fall. Dass man einen NPC mit Nein antwortet und man dann, dann, was? Was ist denn heute los mit der Junge? Kannst du nicht sprechen oder was? Und man dann erst ein Item bekommt. Normalerweise ist es ja immer anders, dass man auf Ja drücken muss und dann bekommt man was. Mein ich jedenfalls. Hier ist es nicht so. So, interesting auf jeden Fall. So, Supermarkt. Habe ich hier eigentlich irgendwas, was ich mal wieder kaufen müsste? Tränke so für den kleinen Schaden zwischendurch. Schaden glaube ich nicht. Übertrank habe ich. Leber brauche ich nicht. Gegengift können wir ein paar holen. Paraheiler sind auch nicht verkehrt. Aufwecker? Joa, auch nicht. Feuer- und Brandheiler sind jetzt so situationell. Die brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Ich könnte mir Schutz holen rein theoretisch. Dann wollen wir uns mal Schutz. Kann an sich nicht schaden. Wir können uns eh nur ein Pokémon pro Router fangen, dank Nachsorgeregeln. Deswegen Schutz. Jetzt du das. So, jetzt kommt der ganz, ganz traurige Teil, Leute. Wir müssen uns nämlich von einem Pokémon verabschieden. Wir müssen uns jetzt nämlich eigentlich kein Pokémon mitnehmen. An dieser Stelle. Leider von Mausi abschieben. Mausi. Vielen, vielen Dank für deine treuen Dienste. Du warst nicht lange im Team. Du warst nur eine Folge im Team. Aber wir sehen schon anhand deines Move-Sets. Du hast richtig, richtig gut was drauf. Deswegen, Mausi. Mach es gut. Danke für deinen tollen Job. Und willkommen im Team Kamau. Ja, Dala Kamel. Dala Kamel können wir auf jeden Fall hier gebrauchen. Dala Kamel sollte das Team ganz gut ergänzen anhand seines Bodentypens. Wir haben zwar zwei Feuer-Pokémon, aber das ist kein Problem. Gegen die Bodenangriffe haben wir zwei Flug-Pokémon. Und gegen die Wasserangriffe haben wir Flowey und wir haben noch Roman Reigns. Ja, also an sich ist das alles ganz gut machbar. So, wie ist das bei Pacemaker? Es hat leider ein lasches Wesen. Es hat auch nicht Tempomacher, sondern Spechlicht. Das ist eigentlich sogar besser, aber jetzt passt der Name nicht mehr so gut. Wobei Pacemaker ist immer noch gut. Okay, Pacemaker ist immer noch gut. Ist gut, klingt gut. We take those. Ja, we take those. Okay. So. Ähm, ich würde sagen, dass, was ist mit dir? Kumomilch. Oh ja, klar, ein Dutzend nehme ich gerne. 6.000 ist kein Problem. Für Kumomilch gebe ich das Ganze natürlich gerne aus. Wir können hier an diesem Ort ein Ei bekommen. Das ist ein Isso-Ei. Da das ja ein Geschenk, das Bokémon ist, könnten wir es auch in unserer Reihe aufnehmen. Das Ding ist aber, Isso bringt mir einfach nichts. Bringt mir auch nicht, ja. Gerade mit diesen krassen Regeln ist das dann eigentlich ziemlich scheiße. Deswegen lehne ich das einmal ab. Weil es bringt uns halt wirklich nicht allzu viel, ja. Vielleicht nehme ich das irgendwann mal rein, so wenn ich wirklich in Pokémon-Not bin. Aber Stand jetzt brauche ich es tatsächlich erstmal nicht. So, hier gibt es Kräuter. Kräuter. An sich bin ich kein großer Fan der Kräuter. Ich habe die noch nie so wirklich benutzt, einfach weil ich den Sympathiewert meiner Pokémon nicht in den Keller schießen will, weil ich gerne Rückkehr und sowas benutze. Oder auf Rückkehr und sowas zurückgreife. Und das ist dann letztendlich tatsächlich auch der einzige Grund, warum das bei mir dann tatsächlich so ist. Hier, meine Pokémon halt gerne, ja? Okay, warte mal. Wir haben Intensität drauf, ne? Dampfalz oder Intensität? Wir nehmen Intensität, glaube ich. Wir nehmen Intensität. Keine Ahnung, warum. Ich war mal wieder Intensität. Einfach so zum Yolo, kann man das so sagen. Ich glaube schon. So, Leute. Jetzt wird aber wieder Zeit für die Banger-Frage der letzten Folge. Und zwar habe ich euch in der letzten Folge gefragt, was war euer Lieblingsspiel aus dem Jahre 2016. Ich hatte einige Spiele von euch wieder in Erfahrung bringen können. Natürlich als der meistgenanntesten Spiele von denen waren Pokémon Sonne und Mond. Stimme ich auch absolut überein. Pokémon Sonne und Mond waren für mich auch so die Spiele-Highlights 2016, würde ich sagen. Aber wen hätt's gewundert? Wer hätt's gewundert? Ja, mich auf jeden Fall nicht. Ich, oder euch, nur sehen natürlich, was ich abseits von Pokémon noch gefeiert habe. Natürlich müsst ihr euch das hören. Also, und ich habe mir Überlegungen gemacht und gemerkt, 2016 war so von den Spielen-Releasen eigentlich gar nicht so berauscht. Leider, leider, leider. Aber, sie hat natürlich ein Spiel, was ich komplett gefeiert habe und das war Dark Souls 3. Sah gut aus. Es hat einen der besten Music-Themes überhaupt da draußen im Spiele-Genre. Ja. Dark Souls-Musik, Leute. Ach, kaff. Phänomenal. Buenomissimo. Wahnsinn, ja. Dark Souls-Musik, einfach nur geil. Wenn ihr noch nie reingehört habt, Game-Musik mögt, epische Spiele-Musik mögt, düstere Spiel-Musik mögt, hört euch einfach mal die Dark Souls-OSTs an, ja. Dark Souls 3 zum Beispiel ist einfach wahnsinnig geil gewesen für mich. Ich hab's on-stream gespielt. Heißt also, dadurch habe ich erstmal wieder so, ja, ich hab das Spiel Blybd gespielt on-stream mit euch. Ich hab diese Streaming-Erfahrung dadurch gesammelt und ich hab's nicht bereut, ja. Es war wahnsinnig toll. Äh, ich hab das Add-on dazu, ja. Das hab ich leider noch nicht gespielt. Das sollte ich aber demnächst mal nachholen. Das ist, äh, eigentlich sogar flie- Oh, 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 oh. Ah, wow, das ging ein Flammenwurf. Geil. Custom Movesets hier in der Arena oder was? Hahaha. War stehen geleben und es ist einfach eine tolle Erfahrung gewesen. Das war das erste Mal seit langem, dass ich mir so ein Stream-Projekt gemacht habe, was ich dann einmal die Woche regelmäßig an einem Wochentag gebracht habe. Es kam super gut an, es hat mir super viel Spaß gemacht. Das haben wir ja mit Kingdom Hearts 2 dann weitergemacht. War schon ziemlich gut. Und Kingdom Hearts 2 ist ein gutes Zeitpunkt oder gutes Stichwort, weil, wir haben ja im Stream dann auch Kingdom Hearts 1 und 2 gespielt. Bzw. Kingdom Hearts 1,5 HD Remix und den Kingdom Hearts 2,5 HD Remix. 2.5, nicht Komma, Verzeihung. Und auch die Spiele würde ich definitiv in meine Spiele Highlights des Jahres einbauen. Ja, das waren tolle Spiele. Kingdom Hearts 2 habe ich zum Beispiel Bly gespielt. Ich habe davor noch kein, auch nie Kingdom Hearts 2 gespielt. Dann haben wir aber Kingdom Hearts 2 gespielt und es durchgespielt. Fertig. Also die Hauptstory. Die Nebenstory muss ich irgendwann mal wieder spielen. Mal gucken, wahrscheinlich dann aber eher privat. Auch für die 100% und so weiter, für die Platin-Profilme. Aber es war geil. Hat sich definitiv gelohnt. auch Dampfwalze. Auch Dampfwalze. Schwer-Tanz-Rosellia. What? Einäschern. Karathos mit einäschern. Nee, ich habe zwei Feuer-Pokémon. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu meme-lastig. So, ich kann aber Muten-Roschi-Geheim-Power bei mir bringen. Ein bisschen was ändern. Ein bisschen was ändern bei den Angriffen. Anstelle von Todria. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und dann können wir noch Dampfwalze auf... Das war das Ziel. Dann, weil es auf Muten-Roschi benutzen. Seems good to me, man. Da muss man eben nicht mal was einfallen lassen. Ja, aber das war, wie gesagt, so meine Spiele-Highlights des Jahres. Sonderlich viel mehr habe ich auch nicht gespielt. Jetzt mag man sagen, wo ist aber tatsächlich. Ich habe also im Jahr 2016 nicht wenig gespielt. Das wäre gelogen, aber so von der Varietät her. Ja, von der Vielfalt her. Da habe ich echt nicht allzu viele Spiele gespielt. Wahnsinn, ne? Ich weiß, Wahnsinn. Ja, gerade so. Was habe ich eigentlich sonst so gespielt? Ich habe das erste Mal überhaupt Wind Waker gespielt, auch wenn es die HD-Version war. War auch absolut geil. Als Let's Play dann halt. Aber so, ich merke gerade, wirklich privat habe ich lange nichts mehr gespielt. Also wirklich komplett privat. Ja, gut. Ähm. Das ist krasser Schaden. Das ist krasser Schaden. Das ist krasser Schaden. Der ist wegen der nächste fix raus. Fällt mir ganz und gar nicht so was. Okay, it's Roman Reigns. I am not a guy. I am the guy. Resident Sleeper. Alles da, Roman. Biss mal Bescheid. Du bist der Typ. Dank dieser wichtige Information. Wir werden sie natürlich gleich in unser Buch für die Nachwelt eintragen. Nage dir, Roman. Und Chantal wird dadurch jetzt auch weggeklatscht. Ich weiß noch gar nicht, was ich heute als Banger-Frage reinnehme. Wieder irgendwas Pokémon-spezifisches. Irgendwas Spielespezifisches. Weiß es gar nicht. Vielleicht irgendwas, was weder noch mit beidem zu tun hat. Ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen, was ich da mache. Ich muss da kreativ sein. So, schon. An sich müsste ich ja noch ins Spiel reinnehmen. Und zwar hier. Ein Spiel, womit ich jetzt meine Tage immer mal wieder zwischendurch verbringe. Und zwar haben wir das Warp. Richtig. Das spiele ich ja auch regelmäßig. Das ist ein Mobile-Game. Aber ich spiele es regelmäßig und das hat mich süchtig gemacht. Wirklich. Wie sehr süchtig. Das ist nicht gut, Leute. The Addiction is real. So, Raphael schickt einen Smogel in den Kampf. Gegen unser Dalla-Kamele. Gucken wir mal, was Raphael dagegen machen kann. Raphael. Ja, wo sind seine Brüder Donatello und Michelangelo? Ich hieß nicht Michelangelo. Donatello, Raphael, Leonardo. Warte mal, wie hieß denn die? Ich bin mit Ninja Turtles normal. Donatello, Leonardo, Raphael, Michelangelo. Michelangelo! Genau, einer hieß Michelangelo. Stimmt. Donatello, Leonardo, Raphael und Michelangelo. Wait! Erdkräfte! Holy shit! Das sehe ich ja jetzt erst. Auf jeden Fall anstelle von Magnitude. Das heißt also, Dampfwalze so schnell du drauf kamen, so schnell bist du wieder weg. Da haben wir jetzt Erdkräfte so drauf. Das ist ja mal geil. Okay. Erdkräfte, Erdkräfte, Erdkräfte sind richtig, richtig sick. Sickomio. Ich würde an sich gerne noch bis zur Arena-Leiterin kommen. Das wäre so mein Wunsch, mein Ziel, mein Plan. In der nächsten Folge direkt mit der Arena-Leiterin anfangen können. Oddbärth, was geht ab? 420-Based Oddbärth, oh yeah. Ich habe nichts gesagt, Leute. Ich habe nichts gesagt. Ihr habt, ihr habt von nichts von mir gehört, gesehen oder was? Und was krass an Erdkräfte ist, wir sind auf Level 26, Leute. Wir sind gerade so ein Mittel-Level 20er-Bereich unterwegs und wir haben jetzt schon das spezielle Äquivalent zu Kekleon? Ne, nicht Kekleon. Zu, 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 zu Erdbeben. Das ist heftig. Stellt euch mal vor, es gibt so ein Pokémon, das ist auf Level 25. Schon Erdbeben, Cut! Was ist das denn für ein Schaden, Mann? Alter! Schwede! Wow! Wow! Das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Wir werken es mal auf Flowey. Ich weiß, ob es so eine gute Idee ist. Oh, dieses Kekleon könnte jetzt echt Probleme bereiten. Dieses Kekleon könnte jetzt echt Probleme bereiten. Das ist ungegängig. Es verliert jetzt zwar den Step, was ganz gut wurde. Oh, das ist gut. Geht doch, das echt gut. Wir kriegen Residual Damage drauf. So, das machen wir jetzt aber weiter. Das ist ein Feuertyp. Ich wollte aber eigentlich ursprünglich Egelsamen drauf wechseln. Don't do it, don't do it. Wee, du Crit. Das ist jetzt. Schlitz hat eine erhöhte Crit-Chance, aber trotzdem. Ja, okay. Wir machen. Es ist jetzt zum Running Gag geworden, dass ich in jedem Part ein Pokémon verliere. Seriously? Seriously? Ah, come on, Leute. Ah, Mann, ey, jetzt verliere ich Flowey. Nicht, dass Flowey in der Arena was gerissen hätte, aber trotzdem, Mann. So ein dummes Feuerschlag-Kecleon, dem ich auch noch Step gegeben habe. Okay, ich könnte eigentlich von Feuerschlag ausgehen, wenn ich schon Smoggle und so weiter Flammenwurf habe, dann hätte ich das Kecleon natürlich... Es ist ja nicht ohne Grund hier. Ja. Ah, come on. Es vergeht kein Part, an dem ich keinen Pokémon verliere, Leute. Wisst ihr, wie mir das tut? Vor allem, was nehmen wir jetzt als Ersatz rein? Ja, was nehmen wir als Ersatz rein? Was nehmen wir als Ersatz rein, Leute? Was nehmen wir als Ersatz rein? Sagt es mir. Sagt es mir. Was nehmen wir jetzt als Ersatz rein? Wir müssen wahrscheinlich auf Spawling zurückgreifen. Wir müssen auf Spawling zurückgreifen. Haben wir irgendwelche Alternativen dazu? Haben wir irgendwelche Alternativen? Oder können wir demnächst irgendwelche Alternativen fangen? Wenn ich jetzt nicht schneller bin, kassiere ich. Das ist nicht gut. Das heißt, you... I... Wäre doch besser. Okay. Ich könnte mal mit Mirabla fangen oder sowas. Na, Mirabla, wie das schon klingt. Warum fass ich mit dem Mirabla, Junge? Warum fass ich mit dem Mirabla? Warum kannst du Hitze-Koller? Wollen mich hier alle komplett verkacken? Warum kannst du schon Erskräfte? Das lernt sie doch... Ich bin getriggert. Ich bin getriggert wie sonst was. Wisst ihr was? Weil dieser Gegner ein beschissener Scheiß-Cheater ist. Du bist ein beschissener Scheiß-Cheater bist. Weißt du das? Du bist... Wie kann das Ding schon Erdkräfte? Wisst ihr, woran ich mich orientiert habe? Ob das Ding Erdkräfte kann oder nicht? Wisst ihr, woran ich mich orientiert habe? An meinen Kamaub. Mein Kamaub hat Erdkräfte auf Level 26 gelernt. Ihr habt's gesehen. Ihr wart gerade live dabei. Auf Level 26 kann Kamaub Erdkräfte. Woher zum Teufel soll ich wissen? Wie kann ich riechen, dass ein Kamaub auf Level 25, obwohl er es auf Level 26 kann, in-game Erdkräfte kann? Das triggert mich richtig hart, Leute. Ah, ich könnte Lili-App reinnehmen, merke ich gerade, ne? Ich könnte Lili-App reinnehmen, als Flowey-Ersatz. Gut, wir verlieren Flowey leider. Aber nicht nur Flowey, verlieren nämlich auch noch Mut und Roshi. Und das tut echt weh. Erstens wegen einer Skrids und zweitens, weil wir hier verarscht wurden. Wir wurden eiskalt von den Gegnern verarscht. Das kann nicht sein, dass ein Kamaub hilft. Wir werden alternativ wahrscheinlich dann Pacemaker reinnehmen. Für den Areda-Kampf Speckgeschichte könnte uns davon Vorteil sein. Aber ansonsten müssen wir mal gucken. Na klar, der Verlust von Mut und Roshi. Typentechnisch verlieren wir dadurch nicht viel. Wir haben halt Kamaub, dadurch auch nochmal ein Feuertyp. Aber trotzdem, es war ein cooles Pokémon, wisst ihr? Gut, Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge dann im Arena-Kampf Vita. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, maskulatisch hochdeckt. Denkt an die Bängerfrage und ciao. Euer Rigi, der viel Pech hat.